Nachbarschaftliche Pflichten Ich bin wohl nicht der einzige, der Probleme mit seinen Tieren hat. Die fressen, stinken, machen Krach. Ich kann nicht in Ruhe Computer spielen. Eins von Francis' Schafen ist diese Woche schon zum dritten Mal bei mir auf den Hof gekommen. Vielleicht braucht er Hilfe bei den Hüten seiner Herde. Ihr solltet ihm einen Besuch abstatten, Nachbar. Und bitte nehmt dieses arme Ding mit. Bringt das entlaufende Lamm zu Francis, dem Hirtenjungen. Ist ne ganz normale Lauf-Quest. Weiter nichts.